Morgen früh, frisch aufgestanden, gestreckt, den neuen Tag begrüßt und Grillkäse gegessen. Oder wenigstens das epische Vorhaben, Grillkäse zu essen. Katze, du musst auch mehr Grillkäse essen. Hä? Ah, Schmuckdrubel kommt immer noch was aufs Grabber dafür, dass er nichts macht. Oh, ich könnte dich mal wieder sauber machen. Obwohl, nee, da kommt ja eh jemand vorbei, der das macht. Toll, ein anderer macht's. Das ist Teamwork. Ich würde wütend schreien die Kamera der Videoschatze und lass einfach alles raus. Ähm, du musst dich wütend werden, das geht nicht so einfach. Schade. Das könnte man noch machen. Erstmal einen Schmuckbad machen. Zimpedia durchsuchen, oder? Er könnte noch mal weiter an der Freelance. Was will Sarah? Nein, Sascha gehört mir. Mein Mädel. Wollte ich da mal die Freelance nach Aufträgen suchen. Mal sehen, was so gerade online ist. Das ist jetzt einfach nur etwas... Etwas Zeit tot schlagen, bis wir... So, haben wir irgendwas für 5? Ghostwriter für ein historisches Lehrbuch erleuchtende Schreibtätigkeit. Namaste suchen da. Ah. Geschichte. Machen wir ein bisschen Geschichtsunterrichtshandellrechnung mal direkt. Ja, ja, alles easy. So, okay. Mit dem Kundenchatten. Machen wir doch glatt. Wenn ist nicht diese Baustelle hier schon. Also ich hoffe, wir haben das Wasser. Ja, und. Ist mir egal. So, das hat mich jetzt inspiriert. Inspiriert dazu, ein großartiges Sachbuch zu schreiben. Mit dem Namen, ähm, die Lügen meines Deutschlehrers. Geschichtsbuch, ähm... Ein historisch akkurates Buch über die Geschichte der Welt. Ähm, was könnte Schmockträden historisches vollbracht haben? Ach ja. Uwunaut. Der erste Schmock auf dem Mars. Perfekt. Äh, auflegen. Telemarketingbetrug. Telemarketingbetrug. Ob man Telemarketingbetrug eigentlich machen kann als Sim, stelle ich mir lustig vor. Was ist das? Acht Stunden auf dem Grundstück bleiben. Easy. Ja, kein warmes Wasser hast halt Pech gehabt. So, wir müssen eigentlich nur immer Flex und weiter Gülkirze essen. Wir machen halt auch, dass wir so bestreben diese LP fertig sind. Natürlich immer mal zwischendurch ans Handy gucken, ist ja wichtig. Dem ist das nur Deko. Follower, weitere Follower, sehr schön. Oh ne, schräger Humor hab ich halt keine Lust drauf. Ne, Luisa, sorry. So, er hat das Buch fertig. Schicken wir das mal direkt an den Kunden. Was geht denn, den halt überarbeiten? Was fällt ihnen ein? Wie können sie das wagen? Was ist das? Komm, schau mal, mach fertig. Blase drückt, da müsstest du produktiver arbeiten können. Das ist bei mir wenigstens so. So, da versuchen wir es jetzt nochmal. Äh. Was zum... Was zum Sack guck du für das? Äh. 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 Ah, endlich! Hat doch geklappt, sehr schön! Oh, wir sind fast voll! Mit diesem Karriere-Strike. So, wie sieht's hier aus? Ich hab ein bisschen Hunger. Mich gelüstet es nach einem Grillkäse. So, ich hab schon fünf Grillkäse gegessen. Das so läuft doch! Das ist verwirrend, weil der Ingame-Sound, wenn man neue Follower bekommt, ist genau der gleiche wie der OBS-Sound, wenn jemand meinen Kanal abonniert. Übrigens, abonniert meinen Kanal, damit ihr weiter tolle Abenteuer und tolle schmockhafte Geschichten bekommen könnt. Ah! 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 So, was gibt's denn hier Schöne? Gegenlesen meiner Bewerbung. Boah, klingt lustig, machen wir. Dokumente bearbeiten, Feedbackbericht schreiben. Oh, gleich die nächste Schreitfähigkeit, sehr schön. Ja, sehr schön, Level 7er Schreitfähigkeit. Ja, was braucht der dafür? Nein! Aber der hat's geschafft. Wie hab ich den jetzt hier drinnen? Ja! So, dann stellen wir uns einfach mal hier vorne hin. Neuer Laptop ausgezeichnet. So, damit haben wir das Freelancen eigentlich geschafft. Und neue Fanpost? Oh ja! Ich würde dich gern öfter auf Simstagram sehen. Weißt du was für Zeit, aber wir lieben dich. Oh! Eine Schrift von dir. Bitte gib mir deine Telefonnummer. Oh nein! Das werde ich nicht tun. Hab ich hier noch irgendwo Platz an der Wand? Da. So. Ja, wir haben Freelance erledigt. Dann gucken wir erstmal weiter, was es sonst noch Schönes gibt. Wichtig. Das ist jetzt schon noch… Das ist jetzt schon noch… …Social Media… Hmm! Das klingt lustig. Das ist wieder eine Freelancer-Karriere. Weißt du was? Wir brauchen keinen Job. Wir brauchen Grillkäse. Ach du Katze, du nervst. Oh, der Laptop hat RGB sehe ich gerade. Cool. Was? Willst du den Laserpolter spielen? Ja, dann komm her. So, trimmen wir uns nochmal den Busch. Sehr schön. Oh. Ja, viel können wir jetzt eigentlich nicht mehr machen. Was? Was ist denn Glück? Die sind nicht gegessen, Schmockthorn. So, sieben von zehn. Ich glaube, ich lass Schmockthorn ein Instrument lernen. Was ist das? Uh. So. Yeah. Metal-Schmock. Schmock-Metal. Das sieht ufo aus. Was ist das? Mhm. Das ist so dämlich. Aber der Nebel ist cool. Das ist so dämlich. Blum, 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 blum. Alles richtig gut. So, erstmal Zeit für Schmocki Bett, die Bettzeit. Oh nein, ich habe 200 Follower verloren. Wie ungenedig. Ich bin in Ungnade gefallen. So, äh... Kochen. Drillkäse, was ist das? Oh. Ja, ich sollte mich vielleicht ein bisschen mehr um... ...meine Beziehung kümmern. Äh, Wasser sparen uns den Tag an. Ah. ... 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 Wie haben wir in der neuen Karriere raus? Oh ja, Blues. Ich mag Blues. Was ist eure liebste Musikrichtung? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin neugierig. Bei mir ist es Blues. Ah, die Satansmusik aus den amerikanischen Süden. Herrlich. Da kann sich das gar nicht so gefallen, was ich da mache. Gucken wir nochmal, wann ist denn die nächste Geek-Con oder so? Talentwettbewerb, Talentwettbewerb. Schade erstmal nicht mehr zu sein. Schade. Wir haben es halt einfach. Ich kann nicht baden. In diesem dämlichen Wasserspartag. Das regt mich so auf. Ja, Rockmusik kann er jetzt auch spielen. Sehr schön. Oh, Wasserspartag ist beendet. Sehr schön. Ah, toll. Ja, Heureka-mäßig kannst du immer den Locust am Rapparion-Kweiler. Kann ich hier irgendwo was verbessern? Sehr schön. So, da habe ich mir auch was zu essen verdient für, würde ich sagen. Und ihr wisst, es gibt nur das einzig wahre Gericht. Grillkäse. 9, nur noch 1, dann haben wir das bestreben geschafft. Sehr schön. Ich würde sagen, wir streamen mal wieder. Oder halt nicht. TV-Dinner benötigt, was beim Kochen kriegen soll. Ich kann kein Glück hier zu essen. Ich hasse es gerade. Fische beobachten, macht dich das hier, wie glücklich? Äh, geht. Oh, ja, 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 komm, weißt du was? Gönnen wir mal. Nein! Ja, komm, ich mach mich gleich drum. Hä? Oh, wow, wofür weigert, es wird immer schlimmer gerade. Da war ich mal. unterstützt, die sind gerade acse. Was will ich vor Office zu oder lassen? Die, wie滑 die Das muss man,cciones leben normalen. Sehr gut. Hab es? Du weißt nicht, ja. Acht? Die, was du nicht? Es scheint gerade wieder alles zu laufen gut. Was ist eigentlich hier unter Romantik Zuwendung? Es ist ein Schubba, 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 Ungba, Yabba, Zayaga, Wixana, Zarspa. Wo ist das? Ah! Okay. So, ich kann mal in Freelance-Branche wechseln, da gucken wir doch mal. Programmierer, Freelance-Photograph, Künstler, Spuk, Investigator, Simpel Manufaktor. Ja. Aber gerade können wir halt nichts machen. Auch wir können nichts machen, das ist so schrecklich. Ist nur... Machen wir mal hier ein bisschen. Dämlicher Stromspartag, dämlicher Wasserspartag, die Folge ist schon wieder viel zu groß. Da würde ich sagen, ich mache jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns wieder, wenn der Strom wieder läuft. Bis dahin. Ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr. Ja, das ist ein bisschen mehr. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder.